Wien, er wird verabschiedet wie ein ganz großer, denn für die Österreicher war Richard Mörtel-Lugner, 91, genau das. Jetzt ist klar, wie seine Trauerfeier abläuft. Am Samstag wird der am 12. August verstorbene Baulöwe in Wien beerdigt. Los geht es laut Ö24 um 8 Uhr mit der Aufbahrung des Sages im berühmten Stephansdom. Erwartet werden neben Familienangehörigen auch Vertreter von Politik und Prominenz. Danach soll es gegen 9 Uhr eine Gedenkstunde geben. Während der Feier sollen auch Elemente des Opernballs immer wieder im Vordergrund stehen. Lugner war dafür bekannt, jedes Jahr Promi-Gäste zu dem Ball einzuladen. Die Organisation der Festlichkeiten habe größtenteils der Schwiegersohn des 91-Jährigen übernommen. Leo Lugner unterbrach dafür sogar seinen Wahlkampf für die rechtspopulistische Partei FPÖ. Nach Ende der Feier werden die Trauernden mit dem Sarg des Österreichers in einer Art Autokorso aufbrechen. Ziel ist es, an wichtigen Punkten in Mörtels Leben zu halten, unter anderem der Wiener Staatsoper. Ein weiterer Stopp ist in der Lugner City geplant, dem Einkaufszentrum des Multimillionärs. Dort endet dann auch der öffentliche Teil der Trauerfeier. Richard Lugner wird ohne die Öffentlichkeit beigesetzt. Die Beisetzung Lugners findet anschließend im engsten Familienkreis in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien statt. Öffentlichkeit und Presse sollen ausgeschlossen werden. Vor seinem Tod habe der vierfache Familienvater die 200 Gäste noch selbst ausgewählt. Trauernde können sich aber weiterhin in ein Kondolenzbuch in der Lugner City eintragen, auch online ist dies möglich. Richard Lugner, der in seinen Lebzeiten insgesamt sechsmal verheiratet war, starb am 12. August in seiner Villa. Zuvor hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, Geburtstagsfoto macht fassungslos, so sah die Katzenfrau früher aus. Im Juni heiratete er noch Simone Reiländer, 42, standesamtlich. Die kirchliche Trauung war für den 11. Oktober geplant.